alles gut es dürfte ihr dürft mich nicht ernst nehmen bei dem spiel was ich sage also nicht auf deine kurzen verstehe habe ich auch schon erfahren war wie dass man auf marvins kurz manchmal nicht hören sollte ja das ist bei dir ist besonders schwierig weil du die maps halt nicht kennst da versuche ich immer präzise da kommt eine scheiße raus die bombe ist oben die bombe ist ja das ist nicht schlimm wenn man das mit der drohne ich finde man weiß eigentlich immer wo das ist ich wusste zwar dass die bombe da nicht ist aber ich habe die runde noch geholt ja aber trotzdem das war richtig feinlich das war alles sogar auf auf das ist nicht schlimm wenn man die nicht findet mit der drohne man weiß ja nicht immer alles auf aufnahme war ich habe es jetzt gehört hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge bei musik mit dabei ist wieder marvin daniel und samuel hat einer was gefunden schon wahrscheinlich eine garage oder so unten irgendwo sind unten da wäre aber oben aber scheiße ich verfiss mich ich will kein ziel für interrogations werden ja das machen also es ist grad frei aus hier oben aber es sieht auch nur so aus ja die sind dann ich drohne mal weiter da liegt die da ne der kleine raum ist frei ich drohne paar stühle da stühle frei noch darf das ding großraum büro ist was alle gibt es aber einer liegt im server raum da ist einer einer liegt im server raum ist einer ist einer dann kommt von hinten dann kommst du von hinten war die da unten oder was kann sie nicht die großraum aus gab sie nicht ein ton nehmen die großraum aus läuft das immer noch einem server raum war das unten die granate ne das war ich was das war ich ne frage kann man nicht von der bank auch irgendwie gab es nicht ein tunnel hier irgendwo wo man rein kann wo ist denn der wo ist denn der der pirate geht rein ich muss danach pushen wo ist denn der tunnel eingangs ich finde die nicht oben der ist oben ja ich bin draußen aber ich bin hier nicht das ist ein gullideckel das ist ein gullideckel oh fuck die haben keine Zeit mehr oh mein gott oh ja klar an dem raum was moris wo bist du ich suche ich ich hab den tunnel gesucht die ganze zeit wo ist dieser scheiß tunnel denn wo ist dieser gullideckel bitte ich wollte die ganze zeit die ganze zeit diesen typen töten der im server raum ist aber ich hab die scheiß tunnel eingang nicht gefunden wo ist denn der ich mach zwei luken im großraum büro ich mach die anderen zwei oder ich mach die ich mach die ich würde auch kurz halten oben ich würde nur ganz kurz das großraum büro halten ja so wer reinkommt ja so wer reinkommt also ok wie eine conclu... eine conclu... eine conclu... eine conclu... ich gehe... ich gehe... ich gehe main hall aber ich mache main hall die... den drop auch zu welchen... welchen wolltest du noch haben? so ne... die beiden fasche oder? so ne... die beiden fasche oder? doch fuck eine pirat ja die meine ich auch zu kannst du mir eine conclusion wie ne... über die cafeteria innen drinnen hängen in die küche... auch über die tür äh... du meinst... da hinten oder wo wolltest du hin? hier? schon gut, alles gut Boris, hast du noch ne wand? äh... verbaut hat meine letzte keine drohne? hier ist irgendwo ne drohne sag das schaffe ich jetzt nicht ne drohne ist in großraum ich weiß noch nicht wo sag nicht du hast oben zugemacht Daniel du musst wieder zugemacht jetzt 3... 2... 1... Tunnel, Tunnel vorne auch Alright du wolltest noch was haben oder? ja gar nichts mehr ok irgendwas wird durch ne Barrikade gebrochen ich hab's aufgemacht und du auch wieder zu ich glaub oben kommt keiner Lobby? doch durch die Hauptlobby kommt jetzt jemand also in der Hauptlobby ist jemand der vorlobby noch äh... 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 dann hier bleib auf den Stairs runter oder oben auf den Stairs runter oder oben auf den Stairs da wo du gerade bist aber piekt nicht ich ähm nur ab dann geh ich mal oben hinten ins Server... in den Linksraum glaub ich komm runter äh... 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 da kam grad die Drohne runter da kam grad die Drohne runter da kam dann alle bei der Treppe da war der bei der Treppe ja 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 das war nicht der auf der Treppe einer am Hedge wir müssen jetzt ein bisschen ruhiger sein dann ist noch ein Nötter Bibo halt hier das war ich Kommen wieder beide da Alter Das ist nicht das Ding Alter Toller Abschlusswunden Ne ne ich bin schon voll in meinem rainbow film und bitte wo ist jetzt eigentlich genau der verdammte wir haben gewonnen von juwelierfront und zwei meter vor die auf der linken seite okay dann weißt du wo der ist haben die unten gewonnen ja die werden doch nicht sein marys ja ich will einfach nur gucken wie ich das nächste mal da hinkomme ich hab den eingang gesucht die ganze zeit nicht gefunden wollen wir mit dir da und dann gehen wir aus dem Mond rein eigentlich darf ich das Spiel nicht mehr spielen gut für meinen Blutdruck reg mich hier wegen jedem Furz auf Marvin ich weiß es ist schwer aber ich denke es reg dich einfach nicht auf ich fahre früher aus dem Wälder es muss CEO sein CEO safe Boris wird wie in so einem Film, Boris wird mein Mentor und zeigt mir wie man ruhig bleibt weil es dauert Jahre und dann sitze ich mit ihm irgendwo in einem Restaurant oder was weiß ich bei ihm zuhause er ist er so zocker, er raste da richtig aus Scheiße naja ist ja nicht so dass ich überhaupt nicht mehr wälder aber ab und zu kann ich mich auch nicht beherrschen das ist dann schon, das ist dann schon echt krass Packe ich mir einfach mal ein wenn dann ist das schon krass Ach, da war man grad noch nicht da, hundertprozentig war der letzte Runde nicht da wo ich hier umgelaufen bin den hätte ich doch gesehen obwohl den hätte ich glaube ich nicht gesehen ich bin hier lang gegangen hier war er und so Lobby, Lobby, Jäger ist in der Lobby Jäger ist in der Lobby er wartet hier hinten wenn sich einer hoch sein kann Wo wartet er denn? Jäger an diesem Metallkasten Der hinter? Er liegt da, er liegt da Ja, warte, warte, geh mir eine Sekunde Down, down, down Ist er weg da, oder? Ich hab keine Hibana, das ist der andere, ich wollte die nehmen, aber die war schon weg Hibana, can you go to Ash, please? From outside, is it possible, or? Wir sind so und renn einfach weiter, du kriegst gleich so nen richtigen Kopfschiff an Alter, die haben ja alles Oh shit Oh, die haben da gekept mit Käse zugemacht, das war auch ein Roaming-Loft Oh, die haben da gekept mit Käse zugemacht, das war auch ein Roaming-Loft Die kommt Und hier Liegt hinter diesem, dahinter liegt sie Hinter, hinter dem Warum geht das nicht auf? Fick die Hände, die Hände Castle is dead Warte, oh Hab ich ihn, oder hat er mich? Ja, dich Ja Da ist noch, Alter, Leute, Alter Wir machen das schon voll die Action Ich will auch So, Leute, der macht das, ich will nicht sterben Oder Maurice hol mich Ich hol mich Ist da irgendwo noch einer drin? Geradeaus könnte wer sein Drin ist auf jeden Fall, wir haben Raum Ob der geradeaus könnte wer sein Hebt mich hier auf Warte, ich mach die Castleball auf Warte, warte Nicht langlaufen Ich will da nur dahin gehen, wieder dahinten Rani, bist du tot? Ja, fuck you Ja, bist du gestoppt? Ey, ihr müsst in den Raum, ihr seid zu dritt, ne? Ihr müsst da zusammen alle rein, gleich zusammen Der ist da drinne! Gott sei Dank Ich hab ihn noch injured Ich hab ihn noch injured Warte für Dankeschön Das war ein Trade Kill Alter, Mann Ist das mal nämlich Fuse, ohne Witz So viel Dummheit, ne? Hä? Du hast den Kill bekommen, aber er hat die Killcam gekriegt? Okay Nein, 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 nein Ich hab den geingert und er hat ihn mir geschnappt Achso Ähm Wo wollen wir hin? Dann sag ich, was ich nehme Archive Raume Archive? Ja, oder? Das ist Raume Ja Weil wir halten wie Bombe, ne? Ja Ich geh nach oben Macht ihr oben auf? Ne, wir halten oben Okay Oder halten wir Großraum? Ich eh Dann entscheiden, Großraum oder oben? Großraum, oder? Großraum, oder? Ja Ich halt oben Ich halt oben So Musst du zwei Hedges oben machen? Egal Hä? Daniel muss da Ja, eine mach ich Ich, ich, ich mache Welche? Welche willst du haben? Bei oben, die einen im Gang und die anderen im Trading raus Wird noch ne Wand? Hast noch wer ne Wand? Ja Wo? Bei mir war euch Danke Neben mir Azi Ähm Ruiz? Ja Kannst du die scheiß Luftdinger nächstes Mal ein bisschen früher setzen? Ja, das glaube ich vergesse das jedes Mal Ich merks und ich jedes Mal muss wieder zurücklaufen Sorry Wenn ich so haben will Komm Vergesse das jedes Mal halt Da haben wir's kaputt gemacht, ne? War der Kontaktkornate Alter, in der Lobby schon, ne? In der Main Lobby? Ja, Blast, oder? Der ist aber am Window Ja, am Window Ja, am Window Oder in der Main Lobby halt Aua Pirates, be careful, Skyline Aua Hä? Was zum? Was war ich denn jetzt getötet? Juss Einer ist schon bei mir, Dani Es ist kein Raum Da hat er was runter geworfen Es ist kein Raum Anni, da ist er aber auf der Treppe Schon, wenn du zu mir rennst Es ist kein Raum Du bist in Raum, dann los Einmal starte Hanna ist über dir da Killer Marvin, kommt bei dir an herein? Oder hast du was kaputt gemacht? Ja Irgendwas wird bei dir doch gerade kaputt gemacht Einer in der... Ne Einer in der Lobby Vorne Looting New Meg Bixer Bixer Ich krieg ziemliche Probleme Wo? Pass auf Die machen oben aus Du machst meine Tasche Und drüber Klamot ist in ner Ding drinnen Klamot ist hier Er macht gleich die Seitenwand auf Jetzt macht er sie auf Trading oder wo ist das? Den Schüt Klamot Der andere Sehr schön So, der letzte Sledge Ich bin im Trading und entheile mich da Er war oben Lass es ihn Sehr schön Leute Sehr schön Leute Schön Junge Alter Schön Willen Jungs Scheiß Glass eh Fünfte Runde Ich hätte übrigens noch Hibana jetzt Ich hätte übrigens noch ein Fuse Wenn wir den irgendwann mal brauchen Ich sag ja nur Fuse lässt die Glocken läuten So Sind die jetzt? Oben haben sie verschissen? Die haben nur unten gewonnen Was komm, ist das dann? Turmite oder? Ja Hibana 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 hat er ja 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 Eine ordentliche Band aufzumachen Alter Ist ja halt nicht schlecht Ja Versuch wieder in die Lobby zu kommen Ich komm nur mit der Wasserfonds Ich weiß nicht warum Was du magst wenn die CO sind Alter mach links und rechts Aber nach dem die schon gefickt Sind nicht CO Die sind aber auch nicht Äh AKS Bro Großraum bestimmt Nein Nicht? Dann müssen sie CO sein Oder haben sie auch Verkauf Echt jetzt? Ja Wo sind sie jetzt? Haben sie nichts gehört? Hier oben Wo kann's sagen Lel Sorry Fra Nein Das ist der letzte Schwanzloser Ich hoffe ihr habt eine Geräte Biohazard container located Prestigued location Die 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 Den Die 4 der Die 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 Karriere an der Lobby, Jungs! Hat er doch gecallt! Ist er schon vorne? Mal gucken, mal gucken, vielleicht kriege ich ihn am Fenster. Alter, die haben nicht alle Wände zu gemacht. Oh Gott! Tja, da hat er das sei nicht rausgenommen. Ah, es ist hier entkommen, ich hatte das durch die Dinger zu schießen, ne? Oh, die hat geschluckt. Ja, kletter doch, du Affen. Karriere ist für mich. Bist du? Ich komm zu dir. All inside objective! Woll ich zu dir kommen? Ja. Also objective, ok. Ich darf halt rausnehmen. Oder wir machen Hotbreed, ich mache Hotbreed mit meiner UL 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 Gedönse. Die sind hier in Gang gewesen. Da, ich hab einen, ich hol mir einen. Da vorne auf der linken Seite müsste einer sitzen, da hab ich grad was gesehen. Welche Fenster sind die Fenster, wo ich rein in den Raum gehe? Ich glaub ich hab sie. Oh, ich blende gerade! Das sind sie nicht gewesen. Schönen Mann. Schönen Mann. Nein, 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 nein. Weiß nie die Raumfenster, Alter. Ja, höhen. So, also das finde ich ist jetzt wieder so, so schwierig eigentlich. Oh, die Aufnahme ist leider kaputt gegangen. Tut mir leid. Halte ich schon an. Damit bedanke ich mich dafür, dass ich es zugesehen habe oder nicht. Ich bin jetzt selber vier. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao. Und be levar. So, jetzt sind wir nachilla?